Liebe Kinder, liebe Familien, hier der Trümmelfloh mit neuem Lied im Urlaub bei der wunderschönen Rühne am Wasser. Hört nichts rauschen. Was denn? Geht? So, los geht's. Das Lied heißt Nein, nein, nein. Es war meine Prinzessin, die sollte immer schick sein. Doch die Prinzessin wollte nichts rum, sagte sie leis. Nein, nein, nein. Ich will nicht immer schick sein. Nein, nein, nein. Das wäre ja gemein. Das ist zu leise, ne? Müssen wir mal richtig spielen. Ja, ich höre richtig. Ja, gut. Eins, zwei, drei, vier. Nein, nein, nein. Ich will nicht immer schick sein. Nein, nein, nein. Das wäre ja gemein. Aber ich hab auch nicht immer Bock, Rhythmus zu machen. Ne? Ne, voll nicht. Sollen wir für dich mal singen? Ja. Okay, pass auf. Es war einmal ein Tim, der sollte immer Rhythmus machen. Doch der Tim, der wollte nicht. Drum sagte er leis. Nein. Nein, nein, nein. Ich will nicht immer Rhythmus machen. Nein, nein, nein. Das wäre ja gemein. Okay, ich hab Ideen. Du machst Pause und wir singen für dich. Okay? Aber das wäre total schön. Gut, war? Hast du mal die Bände? Ja, alle machen nur für dich. Eins, zwei, drei, vier. Nein, nein, nein. Du wolltest nicht immer Rhythmus machen. Nein, nein, nein. Das wäre ja gemein. Aber wisst ihr was? Eine Sache ist schick. Nämlich, pass auf. Wie ist es schick? Ja, wir sowieso. Pass auf, du fängst an. Eins, zwei, drei, vier. Es waren ganz viele Leute, die sollen zum Trommelfloh-Konzert, weil sie das toll fand. Und drum sagten sie laut Ja. Ja, 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 wir wollen zum Trommelfloh-Konzert. Ja, 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 das wäre wunderbar. Nochmal. Ja, 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 wir wollen zum Trommelfloh-Konzert. Ja, 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 das wäre wunderbar. Ei, 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 ei.